Kapitel 4 So war Salomo König über ganz Israel, und dies waren seine Großen. Azaria, der Sohn Zadoks, war Priester, Elihuref und Ahia, die Söhne Shishas, waren Schreiber, Josaphat, der Sohn Ahiluts, war Kanzler. Denaja, der Sohn Jojadas, war Feldhauptmann, Zadok und Abjatar waren Priester. Azaria, der Sohn Nathans, stand den Amtsleuten vor, Sabut, der Sohn Nathans, war des Königs Freund. Ahishar war Hofmeister, Adoniram, der Sohn Abdas, war Fronfugt. Und Salomo hatte zwölf Amtsleute über ganz Israel, die den König und sein Haus versorgten, und zwar ein jeder im Jahr einen Monat lang. Sie hießen der Sohn Hurs auf dem Gebirge Ephraim, der Sohn Dekers in Makatz und in Shaalbim und in Bet-Schemesh und in Elon und Bet-Hanan. Der Sohn Hesetz in Arubbot und hatte dazu Socho und das ganze Land Hefer. Der Sohn Abinadabs über das ganze Hügelland von Dor, er hatte Tafat, eine Tochter Salomos zur Frau. Baana, der Sohn Ahiluts in Taanach und in Megiddo und über ganz Bet-Shean, das liegt neben Zaretan unterhalb von Jezreel, von Bet-Shean bis Abel-Mehola bis jenseits von Jokmean. Der Sohn Gebers zu Ramoth in Gilead. Er hatte die Dörfer Jairz, des Sohnes Manasses in Gilead, und die Gegend Argob, die in Basan liegt, sechzig große Städte, ummauert und mit ehernen Riegeln. Ahinadab, der Sohn Idos in Mahanayim. Ahimaatz in Naftali, auch er hatte eine Tochter Salomos, Basemat zur Frau genommen. Baana, der Sohn Hushais in Aser und Bealoth. Josaphat, der Sohn Paruachs in Isaschar. Shimi, der Sohn Elas in Benjamin. Geber, der Sohn Uris, im Lande Gilead, im Lande Sihons, des Königs der Amoriter, und Oks, des Königs in Basan. Ein Amtmann war in diesem Lande. Judah aber und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer, und sie aßen und tranken und waren fröhlich.